Sie sind voller selbstgedrehter oder kopierter Filmschnipsel. Die Internetseiten YouTube, MyVideo oder 7Load. Videobibliotheken, bei denen Millionen Internetnutzer mitmachen. Ruckzuck, ganz einfach kann hier jeder Dateien hochladen. Vieles kommt einem bekannt vor. Doch wer glaubt, man könne alles, was unterhaltsam ist, ins Netz stellen, hat sich geirrt. Problematisch sind kommerzielle Inhalte wie Fernsehsendungen oder Ausschnitte aus Fernsehsendungen oder Musikvideos. Da hat man keine Rechte dran. Also begeht man eine Urheberrechtsverletzung, wenn man sie hochlädt. Aber nicht nur wer Fernsehbeiträge ins Netz stellt, lebt gefährlich. Auch bei einem musikalisch untermalten Urlaubsvideo kann es Ärger geben. Gleiches gilt für eigene Songinterpretation. Denn die Musikindustrie sieht alles. Das ist eine schwierige Situation, weil eben ganz oft Urheberrechte verletzt werden. Das heißt zum Beispiel sind irgendwelche Teenies da, die schneiden selber ein Video. Und dann haben sie als Hintergrundmusik zum Beispiel die Musik ihrer Lieblingsband. Aber die Rechte dafür haben sie eigentlich gar nicht. Und dann ist das eine... Sie machen sich damit eigentlich quasi strafbar, weil das illegal ist. Fällt bloß nur, dass ich einen schwarzen Rollkragenpulli anziehe. Und wie sieht es aus, wenn man Filmstars einen schwäbischen Akzent verpasst? Technisch kein Problem, aber rechtlich. Jetzt ist genug. Wenn man etwas verwenden will, in eigenen Kreativen, in eigenen Kreationen beispielsweise, eine Collage schaffen will oder Sampling oder so etwas machen will, braucht man dafür in der Regel eine Zustimmung. Und diese Zustimmung zu erhalten ist für einen Künstler oder eine Privatperson extrem schwierig. Der Grund dafür liegt im Urheberrecht. Entwickelt im 19. Jahrhundert zum Schutz von Autoren, Musikern und anderen Künstlern. Kritiker sagen, heute im Internetzeitalter ist es nicht mehr angemessen. Harmlose Nutzer würden kriminalisiert, Kreativität behindert. Deshalb wurde in den USA ein eigenes Rechtesystem entwickelt, Creative Commons. Neben das Copyright C wird CC gestellt. Bisher hieß es, alle Rechte vorbehalten, im CC-System einige Rechte vorbehalten. Das ist entwickelt worden, weil die Menschen das Netz einfach so benutzen. Das Grundprinzip des klassischen Urheberrechts ist im Netz eigentlich gar nicht anzuwenden. Dieses alle Rechte vorbehalten. Und es gibt einfach auch viele Urheber, die möchten gerne, dass ihre Sachen benutzt werden. Und die möchten die gerne ins Netz stellen. Und sie haben nichts dagegen, wenn andere diese Musik nehmen oder diesen Film nehmen und das in andere oder eigene Projekte einbauen. Diese Amateurfotografien zum Beispiel kann man kostenlos benutzen. Und auch junge Bands wie Jemmin Inc. aus Braunschweig bieten Musik und Videos zum Weiterkopieren an. Für sie ist es Werbung, um bekannt zu werden. Auch der NDR will Creative Commons testen. Einige Filme aus Zapp und Extra 3 stehen ab jetzt unter einer CC-Lizenz. Zuschauer dürfen diese Beiträge kostenlos für sich selbst oder andere kopieren und auf ihrer Homepage zeigen. Die Inhalte, die wir im Netz zur Verfügung stellen wollen, sind vom Zuschauer bereits bezahlt. Und ich denke, dass wir über die Rundfunkgebühr also hier eine Bindung schon haben zu unseren Zuschauern. Und ein Interesse daran haben, im Internet besonders junge Zielgruppen zu erreichen, die im Internet zu finden sind. Und deswegen ist der Einsatz von Creative Commons Lizenzen für uns ein sinnvoller Schritt. Für die Mitarbeiter von Extra 3 und Zapp heißt das, aufpassen. Ab sofort dürfen sie keine Musik mehr verwenden, für die man eigentlich bezahlen müsste. Sonst dürfen die Filme nicht als CC freigegeben werden. CC bedeutet übrigens nicht auf alle Rechte zu verzichten. Wer wie die Band Jemmin Inc. unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht, kann zwischen mehreren Stufen wählen. Der Macher entscheidet selbst, was er den Internetnutzern erlaubt. Dürfen sie nur kopieren oder auch verändern? Und was ist, wenn jemand etwas kommerziell nutzen möchte? Wenn jetzt zum Beispiel eine Werbeagentur kommt und sagt, hier super Musikstück, ich möchte das gerne nehmen, um das in den nächsten kommerziellen Spot einzubauen. Dann müssen sie mich fragen. Der NDR hat eine kommerzielle Nutzung seiner Filme untersagt. So bietet Creative Commons viele Chancen und Möglichkeiten. Der Kreativität im Netz werden noch weniger Grenzen gesetzt. Und das alles ganz legal.